So, play like a legend! Ah, let's play like a legend! Welcome to the leaderboard! Ach, Game of Thrones! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstone TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack! Ah, wieder mit Zwischenstopp! Oh, ein Baum, ein Baum! Tatsächlich, hast du den Scheiß gesehen? Hast du den Scheiß gesehen? Einfach an den Baum geklatscht! So. Was war hier? Total! Hat mich total aus der Bahn geworfen, der Baum. Der Baumtreffer eben. Oh! Oh! Sehr dank! Schön! Sehr schön! Ich bin der Baum. Ich bin der Baum. Und jetzt. Dann. Also. Ich bin der Baum. Ich bin der Baum. die 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 Bremse drin 5 5 5 5 3 holes remaining luke this is getting awfully fun we have a par four on this one the fairway or else trotzdem etwas zu lange gehalten auch wenn ich bei passiert ist aber er sollte eigentlich ja weiter vorne schon hinkommen so far there's no richtig das meistens waren du durch den scheiß nicht mehr Oh. Ah, hang on. So, aber 18 drückt. 18 drückt. Ich glaube, jetzt sind wir wenigstens schon mal obendrauf. Das haben wir vorhin nicht geschafft. Wir waren vorhin da vorm Grün gelandet. Verdächtig nah am Wasser. Oh, das ist... Bitte nicht wundern. Und da lasse ich mir jetzt natürlich ein bisschen Zeit... Das will ich schon gut ausschätzen, ausparieren, aus... keine Ahnung, was man überhaupt machen kann. Also eins... Eins und... Ich weiß es so. Eins und den... Bitte, 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 bitte lass uns... Danke! Dankeschön. Cool. Hoche, du bist der Beste, ey. Du bist der Beste. Die nächsten Steaks gehen auf mich. Boah, geil. Oh, schön. Ja, pass auf. Wenn es wirklich gegen... Wenn es wirklich gegen Tiger Woods geht, dann haben wir die Arschkette. Dann sehen wir wieder. Dann kriegt man eine Bahn, die uns alles abverlangt. Was wir noch nicht können. Oder zu doof zu sind. Eigentlich könnten, aber... Nicht zeigen. Ach so, okay. Noch 18. Noch 18 jetzt. Doch soweit. Scheiß. Scheiß. Doch soweit. Aber die Bremse sollte ich nicht reinmachen. Bremse soll mir zu... Zu kriminell aus. So, Fähnchen rein. Und Daumen drücken. Daumen drücken. Dann lassen wir jetzt auch wieder Zeit. Puh. Hm. Ist das nur die Mitte oder ist das nicht die Mitte? Ah. Nicht wieder... Alles verrutschen, ey. So. Ungefähr. Es geht ja immer knapp vorbei. Wissen wir ja. Oder so. Oder so. Was sie sehen. Hm. Was war falsch? Was war falsch? Wir haben das Loch durchtroffen. Zu viel Kraft hatten. Hat man doch auch nicht, oder doch? So. 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 Was ist das für ne komische Verbindung? Die da... Was machte der immer für blöde Verbindung? Wozu? Was soll das sein? Mit steam, oder was? Das hat mich schon mal so ausgedriegt. Das scheiß Team. auch hier weiß ich nicht ob wir den schon hatten oder nicht aber natürlich herzlich willkommen in unserer sammlung weiter keine aber ja nun immer noch kein immer noch kein tiger hatten als gegner geht das ja noch weiter natürlich auch wieder weg weg mit euch hier beobachtet mich schon eine weile jaja er schreibt frei jemanden wer bestimmt das denn ja wie gesagt das machen wir gleich testen war